fett fett ist hier wow der ist bei uns in der nähe das ist gar nicht schön der kann uns alles da lieg ich drin das ist meins alter was ist mit dem denn falsch wegen dir ist alles mit dem falsch er hat mein haus kaputt gemacht du brauchst 10 10 5 alter was verpiss dich doch 10 10 5 ja was braucht er denn 5 5 von diesen alter will der mich verarschen ich log den mal weg ja mach das mal bei was ist denn der drin weiß ich nicht das haus ich glaube bei survival oder bei strukturen alter die geht es doch zu gut jetzt hau ab mit der vor kriegt man diese erde ne die habe ich die vor ich will hast du denn wie erde hast du denn wenn noch zwei erde brauchst brauchst v ist erde ich sammle mal eben alles ein hier alter danke du bist so ein ficker tot ich kann nicht das ist der behindert ich hab mir mal die forke klaut naja nimm mal euch das andere lass sie liegen ich weiß gar nicht warum abigail jetzt nicht gespawnt ist wussten die die ich brauch äh neben dem haus rechts da hab ich schon seine fläche frei gemacht da musst du einfach weitermachen oh hier geht es nicht weiter toll warum verfolgt der mich immer noch weiß er nicht was ist mit ihm denn falsch ich weiß ja gar nicht wie man ihn besiegt am besten gegen den kannst du dich doch kaum schützen der reißt du doch der reißt alles ein der reißt doch alles wieder nieder ach so du schaffst den zu erledigen ja er saßt du da ja ja eventuell müssen wir auch vielleicht umziehen ja ne extra wegen dem umziehen ne ne mach doch alles kaputt ja das einzige was er bei mir kaputt gemacht hatte war das haus ja und mich hat er getötet die sau die die mennekes sind aber alle aktiv wenn du da vorbeigehst hm die überfolgen dich sogar für nen kurzen moment das nicht lange hm man aufsteht ja das ist das haschen hintergerissen hat denn 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 wir müssen denn denn wo waren das hallo da noch man kann ich doch nix für alles ist ein alles im fettsacken schuld jetzt gehe ich den ganzen rand entlang hier unten geht es auch nicht weiter muss ja auch alles flash seine schütze ein ja und komischerweise bin ich diesmal erstes gestorben das ist erzählt dass der erste der tod ist doch bei jedem jedes mal und doch gar nicht nein nein doch ich glaube schon das stimmt ja gar nicht verlierst du eigentlich viel gehirn es geht ok ich habe gerade um einen verloren dann geht es weil ich verliere extrem viel immer jetzt gehe ich mal den weg entlang bist du auch ich gehe mal erst mal den weg entlang mal alles was ich nicht brauche weg damit kann ich raus um noch ein bisschen mehr schade im dünn 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 upst toll nehm na 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 ok jetzt ein stück sumpfkwit hier sind diese twink trees ein twinkertree? mhm hhm sagt er auch noch gräber wir haben welche sticks brauche ich ne? wir haben keine mehr doch bei mir sind welche da sind auch stick bäume Ja, hab ich auch mit eingesammelt, eben schon Okay Wir brauchen erstmal den Platz, das alles hinzunehmen Spinnennetze, Gräber Schweinchen Alter, das gibt's doch nicht Hier ist auf jeden Fall ein Schweinchendorf Ich könnte mal nur oben hingehen, ein Schweinchendorf Könnte man Hier sind viele, viele Bärenbüsche Okay Weil das Einzige gut ist, der hat ganz schön viele Bäume gefällt Ja, toll Und mich getötet Ja Bist du nicht interessant? Doch Nein Aber sicher bin ich interessant Nein Finde ich nicht so ein Ding Hinterher sind wir eigentlich immer noch hinterher? Nee, nicht mehr Oh, hier ist ein Maschumkreis Ich hab glaub ich gleich die ganze Karte durch, wo wir alles hin können Ohne Warplächer Okay Ich hab mich hier kaputt lachen, wenn wir nicht so ein Ding finden hier Ich kann's halt als Geist hier Mein Gehirn ist auf 150 wieder Okay Das ist, weil ich was aufgesammelt hab, deswegen Ja, die Blumen Geht so wenig runter bei mir Oh, das ist gut Okay, Sumpfgebiet für Papyrus haben wir auch Ich glaub, das wird dunkel Hm, wird das auch Oder höre ich mich Nee, nee, wird dunkel Oder Dämmerung Dämmerung Kann ja noch was sehen Noch Spinnen Alter, ich bin noch im Arsch der Welt Du spinnst, weiß ich Feuern Das Holz brauche ich Komm, egal Okay, jetzt muss Ich will dir hier wieder schnell tag Ha Huibu Huibu Jetzt geht's ein bisschen schneller runter Wo das Nacht ist Zack Oh, ich fackel erstmal hinten alles ab Oh Du fackelst dich ab? Oh Was los? Was hast du gefunden? Au Ich hab den Wald nicht angebrannt Ich war's nicht Alter, der ganze Wald Der ganze Wald Fuck ja, krass Weißt du, was ich immer mit Spaß mache? Alter Was euch Spaß bringt Ja, das bringt gerade Spaß Der ganze Wald weg Oh, die haben so Dinge immer noch nicht gefunden Okay Du behindert So behindert Du 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 Ich hab noch nicht mal Abigail Oder die, die dir helfen könnte Bringst Holzkohle auch mit, ne? Wie soll ich denn Holzkohle mitbringen? Bringst Holzkohle auch mit, ne? Ja, definitiv In Geistform Ja Sicher doch Kannst du doch Ist doch Kann doch nicht wahr sein Also dann stelle ich's ja schon ein, dass bei uns einer in der Nähe spawnt Und was ist? Keiner Ja Oh mein Gott Oh, wie Es brennt Ey, hier ist so ein Gebiet Da ist ne Was ist das hier? Ein Spider-Warrior Geh den Aber hier sind, äh, Graswinde drin Ich fackel das einfach an Okay Lalalalalalalalalalalalalalalalalalal Der Flash hat so Schade Sieht auch nicht mehr interessant aus Ich habe die